Denn du bist ne echte Kölsche, du bist all jener, du es ist zätsam rechte Fleck. So, hallo zusammen. Oh, warmert dann ja. Das kann nicht wahr sein. Hau ab! Das ist ein schickes Blei. Ich werd bekloppt. Du bist ne echte Kölsche, du bist all jener, du bist all jener, du bist all jener. Pino steht neben mir. Nächstes Signal in Pino Spur. Und Pino will es nicht gerne hören. Hier hat es ruf der Signal. Oh, ja, ich weiß was es ist. Eine Pferde, eine Bronzepferde. Ja, eine Bronzepferde. Ja, und wie gesagt, ich bin kein guter Filmer. Also wär das auch für euch ne Qual, wenn ich die ganze Zeit die Kamera laufen lassen würde und meinen Quatsch dazu gebe. Markus, komm rüber, was für deine Bleisammlung. Sprit dich, du Jek. Von wem Bleisammlung? Hau ab, geh.